Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zurück. Wir machen heute Champion Showcase, wir machen heute Underdog Champion Showcase. Die Run Deal, falls ihr keinen Plan habt, wer dieser Champion ist und was er geiles kann, wirklich ein crazy Underdog Damage Dealer, dann bleibt gespannt, bleibt dran, bis gleich. So und hier sind wir auf meinem Account und ich zeige euch ganz kurz, wer die Run Deal ist. Ich kann leider nicht so laut reden, es ist mitten in der Nacht, die Frau muss arbeiten und schläft schon. Aber ich denke, das wird alles hinhauen mit dem Editing und allem, kann man das ja lauter machen. Die Run Deal, die Run Deal ist der gute Herr hier. Ein Dunkel Elf, ein Epic und ich habe ihm mitunter mein bestes Gear auf dem Account gegeben. Es ist natürlich nicht so extrem wie jetzt auf meinem Candy, aber es ist trotzdem eine saugute Showcase Gear. Das werde ich in Zukunft auch nutzen, wenn ich Damage Dealer showcase, nur dass ihr Bescheid wisst. Einfach um zu zeigen, okay, guck mal, was können die mit den Stats erreichen, guck mal, was die alles machen können. Wir haben hier fast 6000 Attack, da geht auf jeden Fall noch etwas. Wir haben nur 162 Speed, bisschen Defense, bisschen Leben. Wir haben 274% Crit Damage und 106% Crit. Da geht definitiv noch mehr, aber ich kann ihn auf jeden Fall mit diesem Gear showcasen und es zeigt genug, was er kann. Was hat er denn für geile Skills? Ihr seht auch hier, meine hat tatsächlich nur das Blessing mit Grausamkeit, aber an sich keine, wie heißt der Spaß? Er hat an sich keine Bücher drinnen und auf der A1 hat er einen Double Hit, der echt guten Damage macht. Warum habe ich diesen Champion ausgewählt? Ihr werdet es jetzt beim Skill 2 und 3 sehen. Er hat eine Möglichkeit, einen Frost zu verleihen. Die Wahrscheinlichkeit steigert sich mit jedem Crit. Der Frost ist mir egal, deswegen hat er auch 0 Genauigkeit. Ich habe geguckt, dass kein Genauigkeit auf dem Gear ist, ein bisschen was ist drauf, aber ja. Er hat einen AOE, mit dem er 15% Defense ignoriert. Hier füllen wir mit jedem kritischen Treffer das Rundmeter dieses Champions und 10%, was natürlich nice ist, weil wir in einer Wave, wenn wir critten, er hat 100% Crit, 50% Rundmeter on top bekommt. Ist natürlich mega nice. Unglaublich krasser Skill und saugeile Multiplikatoren. Deswegen habe ich ihn hochgezogen, weil ich mir gedacht habe, der kann bestimmt irgendwas erreichen. Und dann haben wir hier einen Single Targeted, der 50% Defense ignoriert. Mit Masteries, mit meinem Set, können wir mit dem Skill 100% Defense ignorieren. Ist natürlich übelst nice und wenn er kritisch trifft, kriegt er eine perfekte Verschleierung. Ich habe ihm ganz klassische, und dann mache ich ganz kurz die Cam weg, ganz klassische One-Shot Arena Masteries gegeben. Ganz easy peasy. Wir gehen hier runter auf Schädelhauer. Wir nehmen Damage für den ersten Treffer mit. Wir nehmen die Skills mit für Enemy Max Age. Also wenn die höhere HP haben als wir. Und wir nehmen für den Fall, dass irgendwas passiert, einfach mal den Counter mit, weil der A1 echt krassen Schaden macht. Ja, so sieht das Gear aus. Ich zeige euch jetzt mal. Und der Champion, der Champion ist wirklich, wirklich geil. Das heißt, es würde auch Dings gehen, wie heißt die Mastery, äh ne, der Sägen, weil ich habe ja jetzt Grausamkeit genommen. Es würde tatsächlich auch der Sägen mit Dingsbums hier gehen. Wie heißt der Spaß? Äh, dieses Phantom Touch, Phantom Berührung, Phantom Berührung ist es genau. Ähm, ich habe ihn schon mal intim für euch vorbereitet, weil ich ihn testen wollte. Und, ähm, ja, wir nehmen Marschalt mit, mit einer Aura, weil ich gleichzeitig, die meisten nehmen, äh, Roy Gard immer mit. Ich nehme ihn mit, weil ich tatsächlich die Dings zeigen will, ähm, mit dem Crit Damage Boost, den uns der Marschalt gibt. Und gleichzeitig die Aura. Dann haben wir die Arbiter mit einem Tag Up. Dann haben wir hier eine Lydia für Defense Down und Schwächung. Wir haben hier den guten Bad L für seine Passiv und den Damage Boost. Und dann natürlich den guten Duran Deal. Unglaublich crazy. Leute, ihr werdet es gleich sehen. Wirklich, wirklich nice. Also, wir boosten Attack Up. Dann boosten wir mit Marschalt. Wir gucken mal. Wir nehmen, äh, für den Skill von Marschalt diesen Tempchen. Machen da ein bisschen Damage. Ähm, dann können wir auch gucken. Okay, so ist, glaube ich, am besten. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, so sieht es ganz gut aus. Und, ähm, ja, jetzt buffen wir mit dem Bad L. Wir haben überall Defense Down und Weaken. Wir machen einfache Geschwindigkeit. Wir benutzen zuerst den AOE und dann den Single Target Hit. Und jetzt schauen wir mal, was hier so krasses an Damage bei rumkommt. Und, ey, es ist mega krass. Boom. Erstens sieht der Skill geil aus. Ich habe hier 180 bis 120, also 120 bis 180.000 gesehen. Ähm, ihr seht, er hat die Wave richtig gut dezimiert in meinen Augen. Ähm, wir können jetzt nochmal eine Runde durchboosten. Ich zeige euch ganz kurz, was er so, ja, Marschalt, du machst ein bisschen mehr Damage. Ich weiß schon. Dann nehmen wir dich hier. Ähm, jetzt ist die Run-Deal tatsächlich wieder dran, weil er ja durch den, äh, A2 hier Rundmeter bekommt. Und jetzt schaut euch einfach die A3 an. Einfach nur crazy. Boom. 217.000. Ähm, mega, mega geil. Ich finde es super nice an Damage, ja. Und wir haben hier nicht mehr 100% Defense ignoriert, weil ich habe damit schon vorhin viel mehr Damage gemacht, ja. Ähm, ich habe vorhin auf dem Drachen, und ich lasse es jetzt gleich durchlaufen. Ich schalte gleich wieder ein, soweit ich fertig gesprochen habe. Viel mehr Damage gemacht. Und ich hoffe, das passiert jetzt auch. Bis gleich. So, und wir sind jetzt beim Drachen. Ich habe jetzt mal kurz durchgecycelt, dass wir alle Skills wieder da haben. Wir haben Stärkung mit drauf, äh, Crit-Damage-Steigerung. Wir haben Attack-Steigerer mit drauf. Wir machen jetzt Defense Down und Weaken drauf. Wir machen jetzt die Passive von Bad L drauf. Ähm, Arbiter, ihren Boost hatten wir schon drauf. Jetzt ist die Run-Deal. Schauen wir mal, ob mehr Damage bei rumkommt. Hier 375.000, das heißt, hier haben wir die Rüstung definitiv ignoriert. Und, ähm, ja. Ich zeige euch gleich noch den Damage von der A1. Einfach nur crazy. Wirklich abnormal. Ähm, dieser Champion ist einfach nur witzig. Also, ey, unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass er so scheppert. Äh, ich zeige euch jetzt nochmal kurz die A2. Auch hier. 191.000 auf den Drachen himself. Was soll ich sagen, Leute? Das ist schon mal sehr, sehr beeindruckend. Wir gucken ihn jetzt dann gleich in der Arena an. Ich zeige euch nur ganz kurz noch den Damage von der A1 auf den Drachen. Hier haben wir es. Pam, pam. 76.000, 74.000. Insgesamt 150.000 Schaden mit der A1. Ich bin beeindruckt, denn es gibt ein paar Leggies, die heißen Damage-Dealer und machen weniger. Wir sehen uns gleich in der Arena. Wir sehen uns doch nicht in der Arena. Ich wollte euch eine Sache ganz kurz zeigen. Wir haben hier einen Damage-Vergleich. Und D-Run-Deal steckt einfach meinen gestackten Plus-2-Marschalt ein, ja. Und das finde ich ziemlich erstaunlich. Also, das ist wirklich ein Damage-Tier. Mein Marschalt ist auch eine Maschine. Mein Marschalt hat irgendwie, keine Ahnung, viel zu viele Stats. Können wir gleich mal reingucken. Ähm, ja. Mein Marschalt hat einfach, ähm, ja, okay, weniger Attack, ähm, ja, weniger Crit-Damage. Wobei, Crit-Damage kommt aufs Gleiche, aber mein Marschalt ist viel schneller. Müsste eigentlich viel schneller durchcyclen. Hat mehr AOE durch seine A1. Und trotzdem steckt D-Run-Deal ihn im Schaden ein. Einfach nur erstaunlich, ja. Und, äh, wir testen D-Run-Deal tatsächlich direkt mal gegen so ein Team. Rode Affinity. Wir haben hier also Champions, die negativ sind. Und ich will wirklich Damage testen, na. Wir sind hier nicht, um, 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 um rumzumeckern, dass ich, äh, hier OP-Champions benutze. Er muss natürlich auch überleben, ja. Aber wir können jetzt gerne mal gucken, was er auf dem Mountain King mit der A1 anrichtet. Und er macht einfach 43.000 mit Schild und dann 29.000 ohne Schild, ja. Auf den Gegner. Übelst crazy. Meine Kopfhörer sind zu laut. Ähm, ja, einfach nur Wahnsinn, ja. Und jetzt schauen wir mal die A2 auf die Gegner. Die haben nur Schilde drauf, die sind aber fast weg. Und wir ziehen hier durch. Mountain King is dead. 45.000. 80.000 habe ich hier gesehen. Es ist einfach nur todeswitzig. Ich mag diesen Chämpchen. Ich mag ihn wirklich. Wir machen, gucken wir mal, was wir auf die Duchess hier machen. Äh, schwach gehittet. Schwach gehittet. Leider zweimal schwach gehittet. Was aber nicht weiter tragisch ist. Denn wir können jetzt gleich nochmal mit dem AOE durchscheppern. 57.000 auf die Duchess. 26.000 auf die Mithrala. Und ich will ganz kurz, ich will den Vukov killen. Okay, wir haben einmal 19.000 und dann schwach gehittet. Leider. Ja, denn ich möchte was testen. Ich möchte auf Mithrala gerne die A3 machen von ihm. Und ihr seht jetzt, wir ignorieren 50% Defense durch den Skill. Ich habe durch Helmsmasher und durch mein Gear noch die Möglichkeit. 238.000 auf eine Mithrala. Und das Witzige ist, ich habe kein Defense da und ich habe kein Weekend dabei. Das ist nämlich das Geile an diesem Champion. Weil er so viel Defense ignoriert. Und ich sag's so, wenn ihr jetzt im Endgame seid, ist das was anderes. Wenn ihr im Lategame seid, ist das was anderes. Aber wenn ihr diesen Champion am Anfang zieht. Ich denke jetzt gerade an meinen Free-to-Play-Account. Und wenn ich den auf dem Free-to-Play-Account hätte, sehr früh gezogen hätte. Das wäre mein Damage-Dealer. Keine Frage. Ich kann ihn ohne Wild-Set zum Funktionieren bringen. Und jeder weiß, wie hart es ist, Wild-Set zu bekommen. Wenn ihr jetzt auch noch on top das auf einem jungen Account machen müsst. Viel, viel schwieriger. Dieser Champion kann das umgehen durch seine Skills. Einfach nur crazy. Und jetzt schauen wir mal. Das ist ein einfacheres Team. Sag ich jetzt mal, wir haben dieses Shield-Set einfach nicht drauf. Und wir haben wenige oder gar keine Champions, zu denen er negative Affinity ist. Wir setzen jetzt auf die Mithrala die A1 ein. Double-Hit. Bam, bam. 11. 13.000 habe ich hier gesehen. Okay. Nicht allzu beeindruckend würde ich... Also was heißt nicht allzu beeindruckend? Wir haben Defense-Up auf den Gegnern. Die Mithrala ist bestimmt gut gestackt. Das ist nämlich eigentlich immer ein recht gestackter Champion. Und trotzdem haben wir so viel Damage gemacht. Jetzt mal den AOE auf dieses Team. Wir haben einfach das halbe Team auseinandergenommen. Was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Ich bin beeindruckt. Ich finde diesen Champion einfach nur nice. Bam, bam. Wiff wir insgesamt fast 30.000 Damage gerade kassiert. Nur durch seine A1. Und jetzt machen wir auf den Ultimate Death Knight die A3. Halleluja. Bam. 216.000 ohne Schwächung, ohne nichts. Der Gegner hat Defense-Up gehabt. Aber es bringt ihm nichts, weil wir es einfach ignorieren. Stärkung würde hier was bringen. Ja, Stärkung würde hier sehr, sehr viel ausmachen. Hier 22.000. Unglaublich nice. Ich finde diesen Champion so unglaublich witzig. Macht mega Spaß, ja. Und ey, ich habe lange nicht mehr so viel Spaß gehabt, ein Video aufzunehmen. Ja, ich habe lange nicht mehr so viel Spaß gehabt mit einem Champion. Und einfach zu sagen, ey, hier, guck mal, Underdog. Ich liebe Underdog-Champions, ja. Das müsstet ihr mittlerweile wissen. Ich mag es. Champions zu benutzen, Champions zu zeigen, die einfach einfacher für euch zu bekommen sind, die vielleicht nicht jeder hat, ja. Und D-Run, die gehört dazu, ist ein Epic, beziehungsweise die jeder hat, ja. Eine Epic, die bekommt man recht einfach. Die haben die meisten. Würde ich auf jeden Fall nutzen. Ihr seht jetzt hier auch, bam, na. Wir haben, der Gegner hat Verschleierung drauf. Das nimmt 15% Damage, ja. Der Gegner hat bestimmt Masteries drauf. Alles Mögliche. Wir haben ohne Schwächung und ohne nichts, ja, fast das ganze Team gekillt. Und wenn wir jetzt einmal durchcyceln, ist das Team tot. Natürlich wird jetzt irgendjemand sagen, äh, Leggies machen das auch, bla bla bla. Oder andere Epics, ja, ein Genbo zum Beispiel, ne. Aber da haben wir den Affinity-Nachteil, sag ich jetzt mal nicht. Und der Punkt ist, der Gegner war gerade voll gestackt mit Buffs. Wir haben hier voll gestackt Buffs und der Gegner ist trotzdem fast komplett umgefallen. Und er wird jetzt, denke ich, immer noch nicht. Aber trotzdem, voll gestackt. Weil wir haben Defense ab, wir ignorieren nur 15%, außer wir proggen. Dann sind es 40. Und sollten wir Helmsmasher auch noch proggen, also Gear und Helmsmasher, dann ist es natürlich weniger. Äh, noch mehr. Also dann können wir bis zu 65 ignorieren. Aber ihr habt jetzt auch gesehen, ohne die zwei Weak-Hits haben wir die Lili rausgezogen. Und jetzt testen wir auf der Mythrala 226.000, die A3. Ich liebe die A3, das ist ein unglaublich geiler Skill. Die A3 von ihm ist mega nice. Ich möchte das mal gerne gegen einen blauen Champion testen. Hier, 29.000 und das andere habe ich gar nicht gesehen. Instant Down, hier jetzt auch, 19.000. Unglaublich nice. Ich möchte es echt mal auf einen blauen Champion testen. Ähm, lasst uns ein Team suchen. Lasst uns, wow, okay, komm, nehmen wir dieses tankige Team? Oder? Wir nehmen dieses tankige Team, oder? Ey, 500.000 Power gegen D-Run Deal. Let's go. Lasst zeigen. Okay, wir haben Stone Skin. Wir haben noch einen Stone Skin. Jetzt schauen wir mal. Okay, wir strippen schon mal eine gute Menge durch. Ursa Gar ist crazy. Ursa Gar ist ein krasser Champion. Aber wir gucken mal, was wir mit der A1 anrichten. Bam, bam. Ja, wir haben den Ursa Gar fast gekillt. Ja, super, super interessant. Ähm, wir lassen das hier einmal durch. Okay, und jetzt die A2. Wir haben Neckrit Protection hier drauf. Aber wir können, glaube ich, mit dem Skill Ursa Gar rausziehen, Neckrit fast killen. Ja, schon mal sehr, sehr geil. Ich muss den Neckrit erst rausziehen, damit ich die Lily killen kann. An sich nicht weiter tragisch. Das können wir jetzt dann machen, indem wir mit der A1 erstmal angreifen. Nicht viel Damage machen. Und nochmal die A2. Ich mache jetzt keine Einmal-Speed, weil wir hier nur mit 31.000 gescrittet haben. Es passiert so viel, dass man es gar nicht lesen kann. Okay, wir haben komplett gestrippt. Und jetzt hoffe ich, dass wir nicht schwach hitten. Ja, tun wir. Und trotzdem sind es 26.000. Mit einem schwachen Hit. 26.000 gehittet. Das Geile ist an ihm, wir können mit der A1 den Rotos One-Shotten. Schon mal auch ziemlich nice, ja. Und wir werden jetzt gleich die A2 wieder machen. Erstmal, ja, hier haben wir genau das Problem, dass Asaga so viel Damage aufsaugt, ne. Das wir einfach gerade nicht durchkommen. Ihr seht auch hier, brr, 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 verbündeten Schutz. Wie irre, ja. Aber, Strip. Warten. 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 Und jetzt. Immer noch warten. Oh Gott, wir haben immer noch nicht den Skill ready. Gut, dann ziehen wir nochmal hier durch. Ich brauche meine A2. Das ist das Problem gerade. Wir brauchen die A2. Ich will Damage zeigen, ja. Ich will zeigen, was der alles kann. Wir geben Rotos mal einen Attack Down. Einfach nur, um auf der sicheren Seite zu sein. Let's go. Komm schon. Mein Dear and Deal ist halt auch ultra lahm, ne. Ich habe ihn ein bisschen langsam gemacht, um mehr Damage zu haben. Aber jetzt haben wir ihn. Und jetzt geht's los. Bam. Asaga ist, man sieht gar nicht, was hier passiert. Es ist zu viel Schaden, ja. Ich sehe gar nicht, äh, beziehungsweise es passiert zu viel. Ich sehe gar nicht, was alles auftaucht an Schaden. Aber, wir können jetzt, und ich hoffe, dass das jetzt dann auch passiert, die Lily killen und nicht schwach hitten. Please, bitte nicht schwach. Let's go. Komm schon. Können die jetzt mal aufhören. Let's go. Bam. Immer noch schwach gehittet. Nervt mich gerade. Aber, gleich kommt sein Damage. Bleibt gespannt. Bam, bam. Immer noch nicht. Ey. Was ist denn das für ein Team? Okay, es hat über 500.000 Power. Was frage ich eigentlich so blöd, ne. So, bevor dieser Rotos uns auseinander nimmt, ja. Äh, killen wir den jetzt schnell, weil die ist eh im Sleapen. 32.000 auf den Rotos. Ziemlich, ziemlich nice, ja. Und jetzt dürfte dann, glaub ich, der Final Blow kommen. Und dann dürfte der Gegner down sein. Wir machen jetzt das. Ziehen hier durch. Bam, bam. Dead, dead. Immer noch nicht dead. Wetten wir. Jetzt kommt dann gleich noch ein, ne. Immer noch. Jeder Hit hat einfach schwach gehittet. Wie krass ist das denn bitte? Wartet mal. Ich hab hier Marken. Ich hab hier. Ich hab hier Marken. Äh, wir, wir müssen noch mal. Wir müssen noch mal was machen. Gehen wir in den blauen Champion. Hier, hier ist noch ein Candy mit drin. Das ist natürlich auch ziemlich interessant. Mal schauen, ob der Gegner schneller ist. Ja, ist er. Uh, mein Keimer ausgelockt. Das ist nicht cool. Okay. Ich hab, ich hab zum Glück Reaction an, ne. Und jetzt gucken wir, wen nehmen wir raus? Wir nehmen auf jeden Fall den Tormen raus. Mit insgesamt ein und, äh, mit insgesamt 49.000 Schaden. Auf der A1 nur. Das ist eben das Geile. Nur auf der A1. Und jetzt kommt dann der Moment, auf den wir noch nicht gewartet haben. Jetzt. Let's go. Wir machen die A2. Bam. Ich hab gar nicht gesehen, wie viel Schaden es war. Aber, das ganze Team ist einfach umgefallen. Hey, Leute, ich lieb diesen Champion. Übelst nice. Richtig, richtig gut. Ich hoffe, nein, der Tormen kommt leider nicht mehr dran. Aber wir gucken mal. Obwohl er Freeze drauf hat. 90.000. Wer es nicht weiß, Frost verringert den Damage, den ihr kassiert um 25%. Ja. Und trotzdem haben wir hier gescheppert, ne. Also, ja, was haben wir hier? Haben wir noch was Tankiges hier? So, wir werden uns jetzt diesen Kampf hier annehmen. Wir hoffen, dass der Gegner nicht schneller ist als wir. Ist er aber. Jetzt muss ich schauen. Uh. Bitte nicht. Oh, oh, das ist gut. Nein. Okay, okay. Alles, alles gut. Wir haben Reaction. Wir haben Protection vom guten alten hier Necret. Und wie gesagt, Reaction Gear an. Mich nervt, dass wir nicht gestrippt haben. Das heißt, unser guter D-Run-Deal muss jetzt hier durch alles durchbrettern. Das kriegt er auch so gut wie hin. Das kriegt er auch so gut wie hin. Durch die Schilde. Durch, ähm, alles, was die Gegner drauf hatten. Der hat mir eine Stärkung geklaut, sehe ich gerade, ja. Und trotzdem haben wir die, ähm, Dings, die Arbiter und die Lily Hype gekillt mit dem AOE. Und haben aber gleichzeitig noch seine Lily gekillt. Äh, seine Chanda. 139.000. Wir haben keinen Attack abgehakt. Wir hatten gar nichts drauf. Warte, wir haben gerade resettet. Ich hoffe. Wir gucken mal, ob wir ihn killen. Ne, weil er der 4, der 4 triggert gerade. Ziemlich, ziemlich sad. Ähm, ich möchte. Wow, wir haben den 4 nochmal getriggert. Ich würde gerne seine A3 hier zeigen. Wenn dieser Marshal nicht so oft durchcyceln würde. Macht er aber leider. Wow, der wäre jetzt nochmal dran gekommen. Wie schnell ist denn der? 144.000. Kein Defense down. Kein Weekend drauf. Wir hatten keinen Attack ab. Wir hatten gar nichts, ja. Unglaublich nice. Also, ey, ich weiß nicht, was ich jetzt noch alles sagen soll. Ich liebe diesen Champion. Ich finde ihn wirklich, wirklich geil. Er macht unglaublich viel Spaß. Ähm. Damage hoch 10. Für eine Epic. Für eine ganz normale. Also jetzt nicht irgendwie eine Void Epic oder sonst irgendwas. Sondern wirklich eine ganz normale Epic. Wir gucken mal, wie wir hier durchscheppern. Durch 70.000 auf die Mithrala. Ich habe nicht gesehen, was hier auf der Skycrown passiert ist. Aber 70.000 auf der Mithrala. Wirklich nice. Jetzt killen wir Ugo. Pam. 21.000 auf dem ersten Hit. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Was soll ich sagen? Jetzt müssen wir gerade aussitzen. Weil Ultimate Death Knight leider gefühlt Minus Speed hat. Ja. Also wenn jemand wissen will, was schnell ist, dann ist es nicht Nefral, äh, nicht Ultimate Death Knight hier leider. Und yes, durchgestrippt. Das ist sehr, sehr nice. Wir gucken mal, was die A3 jetzt macht. Wir sind jetzt dann auch dran. Yes. A3. Let's go. Hey Leute, ich liebe es. Ich liebe es. Let's do Arena Kampf. Dann ist Video vorbei. Ey, ich liebe es. Mega, mega crazy. Macht mega Spaß. Ist einfach nur todeswitzig. Und, äh, ja. Hätte ich noch mal free to play, würde es abgehen. Habe ich leider nicht. Ähm, ja. Jetzt schauen wir hier. Bam. 82.000, 51.000 oder was das war. Einfach nur nice. Leute, was soll ich jetzt dazu noch sagen? Was soll ich dazu noch sagen? 28.000 mit dem ersten Hit auf der A1. Einfach nur geil. Einfach nur crazy. Die Run Deal, für mich ein extrem krasser Underdog Damage Dealer. Ähm, genauso wie ich es in dem Video schon gefeatured hatte mit Arty Mage. Sir Arty Mage. Auch ein unglaublich krasser Underdog Damage Dealer. Tyrandeer ist genauso. Und ich möchte schwer behaupten, man kann ihm besseres Gear geben. Man kann da noch ein bisschen dran arbeiten. Man kann eine 6 Sterne Brustangriff nehmen. Mit nicht unbedingt Widerstandsaufwertung. Die Handschuhe müssen noch komplett abgegradet werden. Na, wenn wir das komplett haben, bessere Glyphen, auch die Handschuhe sind nicht perfekt, kommen wir locker auf 6.000 Attack. Auch hier, wir haben Light Attack, Flat bekommen anstatt irgendwas anderes. Ähm, hier habe ich noch nicht mal doch aufgewertet. Da ist Angriff, hier habe ich noch nicht mal aufgewertet. Ähm, und auch so im Ring. Wir haben nur einen Prozent Angriff Roll. Wenn da zwei, drei drin wäre, wäre es besser. Das Amulett ist tatsächlich gut gerollt. Aber auch hier geht mehr, wenn wir hier ein, zwei Rolls mehr hätten, würde natürlich noch viel mehr Angriff rauskommen. Dann würden wir schon mit den ganzen Sachen, die ich gerade erwähnt habe, an die 7.000 Attack kommen. Easy peasy, ne? Und, äh, ja. Ich finde die Rundee geil. Wirklich underrated. Unglaublich geiler Damage Dealer. Let's go. Wenn ihr ihn habt und keinen anderen krassen Damage Dealer habt, nehmt die Rundee Single Target Damage Maschine. Ich liebe die A3. Und wir haben ihn nicht gebuckt. Das ist der Punkt. Da geht noch viel, viel mehr nach oben, ja. Ihr könnt auch sagen, ihr benutzt ihn. Er hat eine Aura, 15% Krit in allen Schlachten. Könnt ihr natürlich auch machen. Einfach nur ein Hammer-Champchen. Ich bin fasziniert. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch mein Content gefällt. Falls euch das Video gefällt, weil es unglaublich nice war, weil es wieder ein richtig, richtig guter Underrated oder Underdog Champion war. Like, Abo, Kommi. Und wenn es nur euer Lieblings-Emoji ist, dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Stream. Ich bin euer Alien. Peace.